Guten Abend, die USA stehen unter Schock. Bei einem Amoklauf in Orlando hat ein Angreifer mindestens 50 Menschen getötet. Schießerei in einem schwulen Club. Das FBI prüft einen möglichen terroristischen Hintergrund. Großrazzia in Bangladesch. Nach einer Angriffswelle gegen religiöse Minderheiten geht die Polizei gegen Islamisten vor. Und nach den Massenkrawallen in Marseille. Hooligan-Gewalt überschattet die Fußball-EM. Ohrenbetäubende Musik, plötzlich fallen Schüsse. Was in der Nacht in einem schwulen Club im US-Bundesstaat Florida passiert ist, erinnert an einen Terrorakt. Ob es sich tatsächlich um einen solchen handelt, prüft derzeit das FBI. Gegen zwei Uhr morgens hat ein bewaffneter Mann in dem Nachtclub das Feuer eröffnet und um sich geschossen. Mindestens 50 Menschen starben, 53 weitere sollen verletzt worden sein. Das FBI schließt einen islamistischen Hintergrund nicht aus. Ellen Hofmann berichtet. Mehr als 5000 Festnahmen innerhalb weniger Tage. Die Polizei in Bangladesch geht massiv gegen Extremisten vor. Auslöser für die Razzia-Woche war eine Serie islamistischer Anschläge, unter anderem auf Religionskritiker, Intellektuelle, Blogger und Angehörige religiöser Minderheiten. Ja, zu den meisten Anschlägen bekennen sich Al-Qaida und die Terrormiliz Islamischer Staat. Manuel Dantas berichtet. In Bedrängnis sind auch IS-Kämpfer in Libyen und im Irak. Damit beginnt jetzt unser Nachrichtenüberblick, zusammengefasst von Thomas Simon. 35 Verletzte, eine Person schwebt in Lebensgefahr. In Marseille sind gestern russische und englische Hooligans aufeinander losgegangen. Gewaltexzesse gab es auch im Stadion. Mit Sport hat das wahrlich wenig zu tun. Wegen der Krawalle hat der Europäische Fußballverband nun die gelbe Karte gezückt. Der englischen und russischen Nationalmannschaft droht ein EM-Ausschluss. Wie gut, dass die Partie Türkei gegen Kroatien heute friedlich blieb. Barbara Law berichtet. Ja, heute Abend endet das erste EM-Wochenende mit gemischten Gefühlen. Balsam für die französische Seele war am Freitag der Sieg gegen Rumänien. Dimitri Payet erlöste mit seinem Tor die Bleu und wurde zum Held der französischen Fans. Die seit Wochen dominierende Stimmung im Land, eine Mischung aus Terrorangst, Streikfrust und EM-Resignation mit nur einem Treffer plötzlich ins Positive verwandelt. Welche Macht ein einziges Tor haben kann, das hat Patrick Schulze Heil in Paris erlebt. Ja, und wie sieht es mit dem deutschen Sommermärchen aus? In gut eineinhalb Stunden ist Anpfiff im Spiel Deutschland gegen Ukraine. Falls Sie keine Lust auf Fußball haben sollten, dann empfehle ich Ihnen ab 20.15 Uhr die TV-Premiere von Wie der Wind sich hebt, ein japanischer Animationsfilm von Oscar-Preisträger Toshio Suzuki. Ja, so oder so Ihnen noch einen spannenden Abend und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss e Adema. Bis zum nächsten Mal.